Schumasch Schumasch, du steigst. Schmerz, Terror nimmt keine Koffebrake. Was ein Scheiß. Ja, ich weiß ja nicht was ich davon heilen soll. Von dieser Folter-Szene. Wie ist Steve und Trevor gekommen? Sieht so ein produktiv. Ja, wie ich sagte, er hat seine Übersetzung. Und wie Sie sehen, wir versuchen, zu befreien. Dann was? Diese Sache mit der Agenzierung wird gelegt, und wir brauchen Sie nicht mehr. Genau. Und was über Trevor? Was über ihn? Ich brauche ein paar Resolutionen, Davey. Du lässt ihn gehen. Du sagst, du wärst das Ganze in Nord-Yankton. Und du sagst mir, es wäre ein guter Job. Kein Casualis. Es gibt mehr Aufmerksamkeit auf diese Stadt, als sie brauchen. Ja, ja, in meinen Augen, Trevor ist dein Problem, Davey. So viel als er ist mein. Er ist kein Problem überhaupt. Wir monitorieren ihn. Hat er gesagt irgendwas über Brad? Ja, ja, hat er. Plenty. Ich verabschiede das Thema. Er denkt, dass du, in Wahrheit, dass du, in Bratsch von Braden kommutierst, wenn das alles vorbei ist. Das ist gut. Fertig. Wir senden einen anderen Text. Es ist über die Zeit. Oh. Also, das ist du, der senden diese Texte zu Trevor? Ja. Er denkt, sie sind von Brad. Er denkt, sie sind in hohe Sicherheit. Er denkt, sie sind in hohe Sicherheit. Und nicht sechs feet unter, in der Grave marked Michael Townley. Der Trainee ist richtig. Es ist ein guter Exerz. Ja, der fuck? Wie hat das angefangen? A paar Jahre ago, ein letter kam zu der Federalen Prison System, addressed zu Brad. Es war nicht signed, aber es gab eine P.O. Box in Sandy Shores. Ich spielt die Rolle von Brad, und wir starten eine Correspondenz. Ja, danke für mich, Davey. Ich habe dich ein favori gemacht. Ich dachte, du willst wissen, dass er in der gleichen Lage ist. Ja, so jetzt, was? Ich versuchze, und hoffe, dass er das nicht herauskommt? Es hat so funktioniert. Er ist eine Zeitung, Davey. Und du, du wissen es. Das wird es tun. Okay. Find out who we're looking for. Ja, wir brauchen die Beschreibung des Targets. Ja. Uh, ich mache es. Loosen ihn auf. Nein, nein, bitte! Was? Loosen ihn auf! Nein, bitte! Jetzt fangen wir. Ja, eine Ausnahme. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Was ist das nicht? Ne? Nein, 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 nein. Na, nein, na, ja. Ich bin bereit, zu trönen. Ich bin bereit, zu trönen. Ich bin bereit, zu berührten. Das ist das, was wir für mich sind. Ja, 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 das ist er, was er aussehen. Ich fühle mich. Ich bin, ich bin, in der Mitte. Ja, 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 das ist, wie du dich bist. Es ist immer wieder hinaus. Ich bin, der Mitte für dich. Ja, ich bin, der Beste ist. Es ist genug für dich? Ja, also ohne Witz, ist ein bisschen komisch. Ja, vielleicht. Das weiß man, was man ninguém stand out? No. They all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. That ain't going to cut it, my friend. Shit, shit. Let me see. I remember! Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Woo! Wie viele Bolzen glaubst du, dass sie durch diese Dinge durchlaufen werden? Du gehst mich zu töten? Keine Clips! Nein, nein! Bitte! Nein, nein! Bitte! Bitte! Spock ist sowas, ich will dich nicht sehen! Nicht das! Hey, bitte! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich werde sterben! Er spricht doch einfach! Und du wirst mich töten! Nein! Nein, nein! Nein, nein! Jetzt rede doch! Ich brauche mich! Nein, nein. Ich trage их den Kopf, wenn ich diese nicht gemacht habe. Also was habt ihr denn für uns? Wir brauchen Trev, um deine Erinnerung danachulate会ier ¿Zeitство u�n? No, 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 he's got beard, he's got poochie beard, uh-huh, I think you're making this up. No, no, I'm not, no, I'm telling the truth. Roshi beard? Got any beardy types at this party, huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe I'd just take two bullets and put them in our reformant and just call an airstrike on Chumash Beach. I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Yeah, that's it. I was full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of Beach hipsters, we need more. They had to own bad. Science even full bad, right? It'll be a long day until you give us some intel on our target. Oh, no, he's just got beer. He smokes. He smokes like a fucking chino. Yeah, I don't know. Yeah, I don't know. Maybe one more time. Just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. This is a mental battle, my brother. You gotta convince yourself you're not gonna drown. What if you get it wrong? I got blood in my mouth. Say this! I don't see what all the fuss is about, personally. Always buy the book. That's my bad. Let's get him upright. The blackness is terrible. Today's lesson is about government regulation. Lesson? This is meaningless. Oh, God. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He changed smokes. And his love hand it. What's that? He changed smokes. And his love hand it. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K. says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. I'm still for that one. I'm still for that one. He changed smokes. Or this one. It's not the cigarettes that will kill him. It's the guy who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left hand. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair. A cigarette. And he's left hand. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest, details. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. About as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking the shot. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking. Bearded. Maybe. Could be. Used to be. Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a rapid ball game to get to. So Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on. Shut up! Ah, it's a sport. Let's go, come on. Wait, take me to... Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on, let's go. Alright, now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Safety first, Werner. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kind of. Are you gonna hold it together? I don't want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. I love him very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information. To assert ourselves, did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer. Or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm freezing light at it. Sometimes you torture for the torturee. But only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me, 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 me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Departures. No one drives me to the airport. The most expensive salad in the world comes to a Los Santos Ryan restaurant. It will be. Run. You're free. What? But my family's here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Then look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Da, bei so einer Mission kriegt man sich schon 100%, ey, boah, heftiger Scheiß, heftiger Scheiß. Ich wundert es, dass ich bisher noch nix von der Szene gehört habe. Bei Call of Duty regen sich direkt alle auf, dass du am Flughafen irgendwelche Unschuldigen abknallst, aber hier jemanden so krass folterst, da habe ich noch nix gehört von. Boah, ich sollte dich daran erinnern, dass du diesen Heli aus Fort Senko brauchst, hast du bestimmt nicht vergessen, oder? Nein, hab ich nicht vergessen. Hab ich nicht vergessen. Wir wurden ja in die Mission hineingedrängt, sozusagen. Na gut, Leute, allerdings würde ich jetzt hier erstmal aufhören und beim nächsten Mal machen wir dann weiterholen wir das U-Boot und den Heli. Was als erstes mal sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Let's Playen, beim Zuschauen. Und, ähm, ja, lasst doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. In den Kommentaren da. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder ihr einfach mehr sehen wollt. Ihr wisst ja, wie es läuft mittlerweile. Trotzdem muss man das immer wieder mal erwähnen. Ja? Deswegen, nochmal danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Haut rein und tschüss.